Willen, dass ihr wieder da seid. Wir sind bei Folge 20 des Kalisto-Protokolls. Interessanterweise, nachdem ich mich eingeloggt hatte, hatte ich gleich mal hier zwei Achievements. Einmal etwas mit einem Zweiköpfigen und dann irgendwas mit Licht an. Keine Ahnung warum das jetzt kam nach dem Einloggen. Interessant auf alle Fälle. Und zum Glück liegt hier auch Heilung rum. Aber allgemein finde ich... Ah, wir haben noch einen neuen Bauplan hier, oder? Allgemein finde ich irgendwie, ich hätte gern mehr Heilung. Seit dem Bosskampf bin ich ganz schön platt. Sturmgewehr. Alle Systeme innerhalb normaler Parameter aktiv. Okay. Ach, war das das Fragezeichen, wo noch da war? Wo ist es denn? Sturmgewehr. Okay. Kosten tausender. Vielleicht sollte man so eins auch noch zulegen. Die UJC haftet nicht für eventuelle Defekte. Abgeschlossen. Vielleicht hilft es uns beim nächsten Boss. Da kommt ja bestimmt noch mal einer. Magazin Größe. Hört sich gut an. Warten bis Druck abgeschlossen ist. Warten bis Druck abgeschlossen ist. Gegenstand aus Druckfertigung in Höhe. So. Und dann gucken wir mal, was mir noch loswerden kann aus der Tasche. Also Munition will ich grad eigentlich ungern abgeben. Zumindest will ich genug Reserve haben. Gibt da noch was? Gerade nicht. Wir wollen mal Munition. Wir wollen mal. CPU Drucker. Ach, das... Das ist ja geil. Das muss ich mal durchlesen. Ich hab gedacht, das ist irgendwas zum Basteln. Wollen wir das jetzt verkaufen? Was ist ein CPU Ding? Ein Schlüsseler. Für einen hohen Preis? Okay. Geile Scheiße. Tausender. Gegenstand auswählen. Dann haben wir ja noch ein bisschen Shutter dabei. Den da weg. Eine Q-Mandler. Ein Schlüsseler. Also ich denke, die Patronen behalte ich mal alle grad. Sind mir einfach gar zu wertvoll, wenn ich wieder so'n Scheißkampf hab, womit Nahe Kampf nicht tut. Ich hab grad das schöne Ledersofa gewundert hier. So. Jetzt können wir aber noch ein bisschen rein stoppen. Wo ist das? Wo ist das? Umgekehr. Hier. Druck vor Verwendung überprüfen. Ich weiß gar nicht, was ich gekauft hab. Ich glaub ein Schalldämpfer oder so. Qualitätsprüfung bestätigt. Langsam sieht das schon heftig aus. Aber das heißt, das ist die letzte Waffe, die es hier gibt. Das hat den Schaden erhöht. 4500. Okay. Ja, langsam werden die Preise auch heftig. Vielleicht sollte ich mir hier auch die Magazingröße holen. Dass ich einfach mehr Schuss da rein krieg, wenn ich gegen den Bosskämpf. Die UJC bedankt sich für ihre Produktivität. Okay. Jetzt will ich aber mal, bevor wir weitergehen, mit den Waffen hier gucken. Mit dem Reload. Okay, jetzt hab ich da 20 drin. Wie wechsle ich die durch? G2 drücken. Und das scrollen. Das sieht ja so aus, als wenn der den nur umbaut. Die kann ich nicht nachladen. Schade, dass es da keinen Knopf gibt, einfach die nächste zu nehmen. Die hat 4 Schuss. Ist ja interessant. Wie die umgebaut werden. Die hat 20. Okay. Dann schalten wir mal wieder auf Standard Revolver um. So. Geht das jetzt mit anderen Tatsachen? Irgendwas war doch mit 1. heinz? 1 nimmt einfach die nächste. Ja doch. Dann bin ich ja versorgt hier. Okay. Oh, da haben wir noch was. Ganz. Oh, nein, nein, nein. Noch nicht aufs Dach. Hier haben wir was ganz Wichtiges daneben noch. Heilung. Weil davon habe ich gerade gar nichts dabei. Immerhin eine Pistole. Ich weiß noch die Zeit, wo ich die Dinger verkauft habe. Ich glaube, die sind jetzt rum. Jetzt muss ich froh sein, wenn ich durchkomme. Alter. Ich bin jetzt aufs Dach gefallen. Ich muss kommen hier. Bitte, Sie müssen mir helfen. Sir, bitte, beruhigen Sie sich. Es ist in meinem Kopf. Beruhigen Sie sich bitte und beantworten Sie meine Frage. Wann war der erste Kontakt? Bitte, was tut mir? Was zur Hölle ist in seinem Kopf? Von Wieg zur Hölle komme ich hier weiter. Ach, das schleicht da lang. Okay. Schön über das bisschen Blech, genau. Das biegt sich bestimmt nicht rum. Was zur Hölle tut die da? Ich habe eine Nabelschnur. Ich gehe nicht. Ihr kriegt mich nicht. Ihr habt sie getötet. Nein! Die ist hier drauf. Einen schlechten Traum gehabt. Nein! Nein! Was ist passiert? Tut mir leid. Ich wollte dich beschützen. Das hast du nicht verdient. Dani. Hey, Dani. Fass dich nicht an! Okay. Schon gut. Entschuldige. Alles gut. Bist du sicher? Du siehst nicht gut aus. Ich war in ihrem Kopf. Hab ihre Erinnerungen erlebt. Da war ein Ausbruch. Vor 75 Jahren. Genau wie das, was im Gefängnis passiert. Sie töteten alle, um es einzudämmen. Alle. Das sind keine Unfälle. Es ist immer gleich. Argus, Black Island, Europa. Es geht nicht so lang. Ah nein. Nicht schon wieder. Ich kenn dich doch schon. Nee, Mann. Da hab ich jetzt voll Bock drauf. Aber langsam kommt eine Routine auf. Naja, man tut sich einfach alles beim ersten Mal. Alter, wo kommt jetzt der her? Gerade wenn man redet, man tut sich einfach alles. Wieso komm ich da raus? Kann ich den verarschen? Wieso kommen da noch andere her? Oh, da kommt er. Kann ich den giten? Wo ist der andere? Ist der kaputt? Und wo zur Hölle kommt der her? Ist das die irgendwo hier aufwachen, oder was? Oh, da ist schon wieder einer daneben, oder? Da ist schon wieder einer. Ich muss weg hier. Ich muss weg hier. Der hat mich auch einmal erwischt, fuck, ey. Komm ich da irgendwo hinten rum raus? Okay, man kommt hier einmal am krassen. Äh, nein. Nein. Wo ist, wo ist der Kuss? Ja, ich habe mich so hart. Oh, hau mich nicht, hau mich nicht. Ich habe mich gehauen. Ich habe mich gehauen. Oh, Mann. Also das mit den Extra-Gegnern, das ist schon eine fiese, fiese Aktion hier. Moment. Also neben da die ganze Zeit ausweichen, ist die eine noch mal, aber das andere Vieh da bearbeiten. Boah, das ist jetzt erst halbzeit, sonst bin ich nie gewachsen. Boah, habe ich denn selber aufgedeckt? Nee. Oh, die Ecke ist doch nicht gut, wenn ich mich hier rumstehe. Wieder Munition leer, oder ist jetzt ganz leer? Und dann mal die Eins drücken. Und dann habe ich jetzt auch bewaffern. Und dann, äh, mehr. Aber ich muss hier was aus der Ecke. Und dann, äh, die Ecke, sind wir weg. Hauptsache irgendeine Waffe ist gerade in der Hand, ey. Ich darf für noch mal eine Zielgruppe. Das sieht auch wieder nicht gut aus. Da hinten kommt da schon wieder einer, ey. Wir haben schon Paranoia bei dem Zeug hier. Boah, ist da schon wieder einer neben mir? Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon wieder keine Munition, sonst ruft die Axt. Ich muss die Waffe durchwichsen. Wenn wir ihn mal ein bisschen rumrennen. So, habe ich da was drin? Vier Schuss, okay. Wo bist du mein Freund? Wo bist du? Da kommt er. Da kommt er. Schöne Fug. Boah. Sieht schon fertig aus. Aber ich glaube, der hat mich da drin. Oder auch nicht. Komm, bitte verrück jetzt. Erweck doch. Boah, das wäre geil. First Strike, First Strike wäre geil. Ah, komm. Ja. Danny, alles in Ordnung? Es hat mich erwischt, aber ja, mir geht's gut. Was ist mein Danny jetzt hin? Hier? Hier lang. Ich... Nee, nee, nee. Nichts hier lang. Ich gucke jetzt hier erstmal, was ich im ganzen Gebiet hier rauskriege. Da liegt bestimmt noch ein Mist. Ich weiß nicht, wie man die Sicherung so übertragen kann. Diese Implantate sind mit dem Gehirn verbunden. Es ist wie das Gehirn von Dateien. Wie war das? Ja, ich krieg das Gespräch von ihr leider nicht ganz mit, aber ich will den Loot hier haben. Wenn der gleich wieder auftaucht... Ah, na, na, na... Da... Da brauche ich... Da brauche ich Bombs. Dann kann ich nicht ohne Munition da stehen. Anscheinend ist das ja jetzt ein wiederkehrendes Vieh. Naja, und jetzt muss ich da noch drauf schießen, um diese Blöde... Nee, da kann ich draufhauen. Da kann ich draufhauen. Bloß keine Munition für Gott. Okay, aber das heißt, wenn es im Kampf ausgegangen wäre, dann hätte man hier rumrennen können. Und hätte sich noch alles mögliche wiederholen können. Ich bin zu Gottes froh, dass ich keine 10 Anläufe von denen jetzt gedacht habe. Ist da noch was drin in der Mitte? Ja, mein Freund. Und die kleinen, die ich kaputt gemacht habe, die müsste ich irgendwo auch noch zerstampfen können. Aber ich glaube, die suche ich jetzt nicht mehr. So, bin ich jetzt schon einmal im Kreis gelockt? Okay, jetzt bin ich bei ihr. Und in der Mitte... Warte... Ich glaube, da hinten hatte ich einen kleinen erledigt irgendwo hier. Da... Da liegt der Fette... Da liegt ein kleiner, aber... Es scheint, als wenn er keinen Loot gibt. Was sagt die Tasche? Keine Heilung da, okay. Ja, eine habe ich ja gebraucht. Ach, Gott sei Dank. Wenigstens hat sich die Lady wieder beruhigt. Ah... Ich dachte gerade, da hinten wäre ein Automat gewesen, aber nein. Da liegt auch was oben. Ich kann mir noch nicht so recht vorstellen, wie ich an die da dran bin. Also klar könnte ich sie abschießen, aber was bringt es mir, wenn ich sie nicht looten kann? Da habe ich nur einen Schuss verloren. Ich weiß nicht, ob das mich beruhigen soll, dass ich allein zu zweit bin und nicht alleine. Und warum hat die mir bei dem Scheißkampf nicht geholfen? Wo war die in dem Moment eigentlich? Äh... Geht's von hier da rüber? Ne... Ich sehe keinen Weg. Also eine wirkliche Hilfe bist du bis jetzt noch nicht, Lady. Also eine wirkliche Hilfe bist du bis jetzt noch nicht, Lady. Das erinnert mich an irgend so eine Bosshöhle von Diablo 3 hier mit dem ganzen Klipper. Geht's dir gut? Ja. Der verdammte Weg ist eingestürzt. Der Weg an die oberste Fiel ist auf der anderen Seite der Kolonie. Geht weiter, wir treffen uns dort! Ja, super. Und wieder sind wir allein. Allein, allein. Triff dich wieder mit, Danny. Ja, okay. Jetzt hätte es Sinn gemacht, das Ding da oben abzuschießen. Wenn man dann vielleicht... das hier unten hätte looten können. Ja, ich würde zerlegen. Na, ein schöner 1000er. Und ein 100er. Ja, wir haben jetzt so viel unterschiedliche Munition. Ich glaube, ich verkaufe mal den 7er noch. Und hoffe einfach, dass der Rest hier reicht. So, und dafür können wir noch mal was bauen, oder? Was macht denn unser Automatik-Ding da? Na, wo ist es? Äh, unser, unser, nicht Automatik, unser Sturmgewehr. Nee. Viel, viel mehr braucht man da, okay. Ich denke, wenn es hier speichert, geht es da weiter. Dann gucken wir erstmal, was da hinten noch drin ist. Hier ist ein schönes Räumchen. Okay, einfach mal gar nichts. Das ist doch auch schon mal was. Wissen wir, da geht es nicht lang. Ich dachte gerade, da liegt noch mal was. Mit Tau'n. Oh, ja. Ich glaube, der Specki hat mich eh schon gebrochen. Okay. Oh, ja. Oh, ja. Jetzt muss der sich wieder. Ja, ist aber auch zähiger. Die hauen jetzt aber auch zu. Der hat halt Game Over gemacht hier. Und wie soll ich den jetzt stampfen? Der liegt außer Stampfreichweite, toll. Ich hasse es. Aber wenn ich so nach hinten gucke, das sieht so aus, als wenn es da gleich, da kam ich heraus, als wenn es da eigentlich reingeht. Ich frage es nur, was es hier gibt. Na, ich glaube, hier komme ich nicht hoch. Nee, schade. Ich glaube, der muss mich nur noch einmal treffen, wenn ich kaputt kann. Ich kann nicht angehen. Zweimal dem Dicken, der nicht ausgewichen. Die werden jetzt alle ein bisschen härter, obwohl ich hier Kampfer zutrage. Die obere Ebene, Jacob. Such die Klinik. Ja, ich such jetzt Heilung. Klinik, die Klinik. Da, der landet und er hat mich auch gleich geht. Hat mich natürlich auch gleich hier. Bis hier, der Sack. Da kann man aber nicht mehr. Was soll denn jetzt eigentlich, dass ich gar nicht einmal ausgeglichen bin, dass er dann nicht sehr hart braucht. Und mehr Leben. Ich glaube, hier muss es doch in den ganzen Räumen irgendwas drin geben, ey. Oh, ich habe keine Haltwürze mehr. Nee, nee. Ich habe nichts. Ich bin eine arme Sau. Ganz arm dran. Okay, da war der Beingang. Also, mich darf gar nichts mehr treffen. Nicht mal ein Hauch von irgendwas. Das kann ich den Spaß nochmal machen. Ich würde wahrscheinlich zurückkommen und könnte mir Heilung bauen. Aber ich hoffe einfach, dass... Oh, und da kommt der Nächste. Ist jetzt Schicksal besiegelt, oder? Gehen wir das so hin? Also, das war jetzt fies. Ich kann dem Sack nicht ausweichen. Ja, woher? Einmal schön in unser Matsch. Ah, ja, ja. Okay. Wir lernen fürs nächste Mal, ich muss besser ausweichen. Aber es sollten, ich glaube, nur drei Gegner zurückwerfen. Okay, aber man könnte hier reingehen und könnte hier Heilung bauen. Jetzt hat es mir natürlich wahrscheinlich mein Verkauf auch weggenommen, oder? Alle Systeme innerhalb von Mala-Kamater aktiv. Ja, war ja klar. Das ist jetzt auch weg. Hm. Behalten wir den Rest mal. Und wir hatten nicht genug Geld. Okay. Wir halten den Hinterkopf. Wir können hier wieder reingehen. Und wir können uns was zum Heil bauen. Aber eigentlich muss das dann nicht gehen. Ich muss die andere Seite erreichen. Lass mir erst mal den herkommen. Oh, der ist noch nicht kaputt. Okay. Oh, fuck. Der zweite kommt auch schon. Der kassiert aber hier auch. Oh, Mann. Okay, der ist kaputt. Ist das der zweite? Da haben wir jetzt Glück gehabt. Da haben wir eigentlich Glück gehabt, dass der jetzt da reingeflogen ist. Ja, ich sollte wahrscheinlich mehr nutzen als mein Knüppel. Aber ich habe so viel Spaß an dem Knüppel. Hm. Ja, letztes Mal ist er in dieser Ritze genannt. Da gab es keinen Not. Jetzt kommen da vorne wieder welche. Die obere Ebene, Jacob. Ja. Such die Klinik. Ich kämpfe jetzt hier erst mal durch. Erst mal ein bisschen diese schönen Mutten. Wieso haut der mich so haut? Was soll das? Der hat mir einfach meinen Kopf abgerissen. Also ich glaube, bei denen muss ich zweimal hintereinander ausweichen, bevor ich zuschlagen darf. Ja. Wenn die so hart zuschlagen, dann bringt mir auch Heilung nicht viel. Dann komme ich ja nicht weg, um mich voll zu heilen. Die rennen ja auch voll schnell. Ja. Und wenn er nicht geschlagen ist, dann kämpfen wir noch heute gegen komische mutierte Viecher. Na jetzt verrück' ich schon beim ersten, das kann ich nicht sagen. Das kann es doch recht nicht sein hier. Hat der mich schon halb kaputt gemacht? War wir da unten einmal raus? Oder haben da rausgeüpft oder was? Weiß ich. Einmal ausweichen, zweimal ausweichen hat nicht gereicht. Und die spucken einfach kein Leben aus. Boah, okay. Glück gehabt diesmal schon. Wo zur Hölle bin ich eigentlich? Ach, ich bin vorm Eingang. Okay. Aber mein Leben sieht sehr, sehr schlecht aus. Ich glaube, in den Räumen dahinten war überall nichts. Die obere Ebene, Jacob. Durch die Klinik. Ja, ja. Einmal, zweimal, dreimal. Okay, vielleicht muss man dreimal ausrechnen und dann im Gegenteil dreimal. Ah, da kommt der Dix schon wieder. Das geht es selbst ja nicht. Oh der Scheiß. Ich kann noch nicht mal den fertig. Wo ist der andere? Okay. Ich glaube, dass wenn man so im Nahkampf geht, tut gar nicht so weh. Einmal. Da hätte ich jetzt zweimal ausweichen müssen. Geht lieber rein. Jetzt. Und ein bisschen ist von da zumindest. Und wo liegt der andere rum? Da. Okay, jetzt noch mal sammeln. Wo haben wir hier angefangen gehabt? Wo wollen wir hier eigentlich hin? Ich glaube da hinten irgendwo kam ich her. Ich glaube von hier. Ja, ja, ja. Hier kam ich her. Da quietscht schon wieder was. Das heißt, ich habe noch nicht in das Zeug hier reingeguckt. Ob hier vielleicht noch was rumliegt. Aber das ist doch eigentlich das gleiche Level vorher mit diesem komischen Raum hier. Was passiert hier? Oder nicht? Was passiert hier? Einfach mal gar nichts. Das sagt doch nicht, dass wir eine Schlüsselkarte brauchen. Aber da waren wir ja vorher schon. So. Jetzt hier oben durchs Fenster. Ja gut, wenn ich das alles schon leer geroutet habe, ist klar, dass nichts mehr da ist. Ja. Und vielleicht sollte ich hier irgendeine Waffe drin haben, die auch Munition hat. Nur mal so. Besser als nix halt. Ja okay, wenn wir jetzt einmal im Kreis gelaufen sind, dann hole ich mir jetzt so ein Heilding hier nochmal. Und dann muss ich dafür halt mal Kohle opfern. Ich habe da keine Lust, das nochmal zu machen mit denen. So. Heilung, Heilung, Heilung. Oh, teurer Spaß. Ja. Teurer Spaß. So. Und einmal benutzen. Und wahrscheinlich bin ich da noch nicht mal voll. Nicht mal ansatzweise, aber das muss jetzt lang. Ich glaube, ich muss die Leiter da hinten wieder hochkrabbeln. Also zumindest ist mir ja sonst nix mehr aufgefallen gewesen. Hier waren wir ja auch schon mal oben. Oh yes. Ja, ja meine Freunde. Okay. Ja, ich setze jetzt lieber mal kurz einen Schuss ein, bevor ich da mein ganzes Leben verlieren. Aber ich hätte gerne eine andere Waffe. Ich hätte gerne die billigste hier. Ja. Sie hat hier was gesagt, von wegen sie ist gleich da. Hier hinten ist jetzt noch mehr zu wie vorhin. Ja. Was ist da rausgeblumst? Ich seh gar nix. Doch da unten liegt was. Da liegt was. Das hol ich mir noch. Was ist das? Na ja, immerhin vier Schüsse. Da sind ja eigentlich alles Räume, wo wir drinnen waren. Da hinten lag noch keine Tür, die zu war früher. Da ums Eck. Hier. Ah, die ist jetzt auf. Okay. Da ist sie. Schön, dass er dabei war. Hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Die Faure hat gerade own «EinН St. deaths» D 끝 que jeder hat auf thoff. Wie läuft da mit der St. programmes?